Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dart & Flutter. Heute mit einem, ja, dem ersten Transition, beziehungsweise der ersten richtigen Animation, um hin und her zu wechseln zwischen vereinzelten Fenstern. Und das haben wir tatsächlich noch nicht so ausführlich behandelt und soll jetzt erstmal unser letztes Thema werden. Das heißt, ihr dürft mir sehr gerne natürlich jetzt schon Themenvorschläge machen und dann schauen wir einfach mal weiter. So, wir haben hier aktuell relativ viel schon gemacht. Wir haben einmal dieses Inputs-Feld, das sieht ungefähr so aus. Wir haben hier die E-Mail-Adresse, die wir angeben müssen und wir haben hier sogar noch das Banner. Wir müssen hier unsere E-Mail-Adresse eingeben und so weiter und so fort. Und dann können wir hier auf Senden klicken. Und dann haben wir hier die Tab-Bar, die aktuell komplett deaktiviert wurde. Wir haben aber auch das Drawer-Example, das auch komplett deaktiviert wurde. Ich habe hier tatsächlich die Dinger jeweils einfach auskommentiert. Und natürlich kann man die immer noch wunderbar verwenden. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen, wenn man auf den Senden-Button klickt, hier in unserem E-Mail-Dingens, dann wollen wir zwischen den einzelnen Feldern wechseln. Das heißt, wir wollen erstmal zum Beispiel auf die Tab-Bar kommen. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir von dort hin kommen. Beziehungsweise das dürft ihr dann quasi als Übung machen, dass man von der Tab-Bar wieder zurück auf unser Drawer-Example kommen kann. Oder eben woanders hin, wo ihr eben hin wollt. So, das heißt, wir haben ja hier schon diesen wunderschönen Button. Und wenn wir draufklicken auf diesen Button, dann haben wir hier schon diese On-Pressed-Funktion. Das ist ja alles schon für uns erledigt. Und wir können hier einfach quasi weitermachen, indem wir hier sagen, okay, hier navigieren wir jetzt zu etwas Neuem. Und dieses zu etwas Neuem, das macht man normalerweise mit dem Navigator. Navigator. Punkt of Context. Und jetzt sagen wir hier einfach Push. So, und hier muss eine Route rein. Und diese Route, die müssen wir natürlich erstmal bauen. Das heißt, wir sagen hier Bodenstrich, sowas wie Create Route. So, und diese Create Route, die müssen wir jetzt natürlich noch schreiben. Und das ist der eigentliche Punkt. Ich habe das jetzt absichtlich nicht hier direkt in den Button reingemacht, damit wir das auch separat voneinander betrachten können. Und keine großen Probleme damit haben, hier irgendwie, ja, das auch noch da reinpacken zu müssen und dann eben suchen müssen. Das wäre, das ist meistens zu umständlich, deswegen versucht man das immer auszulagern. Okay, also, was brauchen wir als Route? Das haben wir schon mal gemacht, tatsächlich. Und es ist eigentlich gar nicht so komplex. Wir brauchen hier einen Return PageRootBuilder. Und den kennen wir schon. Und das Einzige, was wir hier wirklich verpflichtend brauchen, ist eben dieser PageBuilder hier. So, dieser PageBuilder, der ist eigentlich auch ein Function Pointer, beziehungsweise nimmt eine Funktion und zwar mit drei Parametern. Erstmal brauchen wir den Kontext, dann brauchen wir die Animation. Und natürlich dürft ihr das auch sehr gerne auslagern in eine separate Funktion, wie wir es mit dem HandleSubmitButton gemacht haben. Aber ihr müsst nicht. Und deswegen, es ist, in unserem Fall ist es wirklich nicht viel, was wir hier machen müssen, weil wir es direkt auf was abbilden wollen. Es ist nur eine Lambda-Funktion, für die, die schon ein bisschen koden können. So, das Zweite ist dies, oder das Letzte ist die SecondaryAnimation. Okay, und die bilden wir jetzt ab, Pfeil, Lambda-Funktion, und zwar auf, naja, auf was, auf eine Tabbar. Das heißt, wir wollen hier quasi haben, dass diese Tabbar bitte, ein, ja, dieses Widget soll bitte dann angezeigt werden. So, jetzt, wie hieß unser Widget, das war die Tabbar-Demo, Klammer, Klammer. So, selbstverständlich müssen wir die Tabbar-Demo jetzt hier importieren. Das heißt, wir haben eigentlich soweit das hier fertig. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hierbei passiert. Und jetzt klicken wir auch mal das Run auf. Und wir sehen jetzt hier, okay, wenn wir hier auf Senden klicken, dann ist erstmal die E-Mail-Adresse verpflichtet. Da passiert noch gar nichts. Das heißt, wir schreiben jetzt hier mal rein, a, at, b, up, a, oh ja, at geht natürlich nicht über die Tastatur. Ich tippe eigentlich ganz gerne über die Tastatur, aber manche Hotkeys funktionieren da nicht. a, at, b, Punkt, d, e. So, jetzt schicken wir das ab. Und wir sehen hier, boom, wir haben hier a, at, b, Punkt, e. Und hier sind wir jetzt plötzlich tatsächlich bei unserem Ultimate Chat. Das heißt, bei der Tabbar, die wir ja hier schon kannten. So, im Endeffekt könnte man einen richtigen Chat machen. Und, naja, wir sehen leider auch, dass wir hier den Button zurück haben. Das heißt, wir können hier auch wieder zurückgehen. Und wenn wir hier nochmal auf Senden kurz gehen, können wir auch den Button hier unten benutzen. Das heißt, das alles ist über diesen Page-Root-Builder einfach reingekommen. Das macht er komplett freiwillig für uns. Den Teil kennen wir allerdings schon. Das ist nichts Neues, um genau zu sein. Ich wollte das aber nochmal ganz genau zeigen, weil es vielleicht für manche eben, die das Video nicht gesehen haben, doch was Neues sein könnte. Dieses Video soll es ja eigentlich eher um Animationen gehen. Und wir wollen hier mal die erste relativ einfache Animation kurz ansprechen. Das heißt, wir wollen hier etwas machen, das nennt sich ein Transition Builder. Also, es ist im Endeffekt keine komplette Animation, sondern es ist eine Transition, ein Übergang von dieser Route mit Inputs.dat auf diese andere Route. Oder eben auf dieses andere Widget. So, das heißt, wir bauen hier einen Transition Builder. Und das ist ebenfalls eine, ja, eine Lambda-Funktion, beziehungsweise eine anonyme Funktion in unserem Fall einfach nur. Also, Context Animation und Secondary Animation und, wichtig, noch ein Child Element. Und das wir hier auch noch bekommen. Wir bekommen hier quasi vier Parameter und können die alle verwursten, wie wir das wollen. So, wir machen hier eine richtige Funktion draus, also eine anonyme Funktion ohne Namen, die nur einmal existiert und zwar hier drin. Aber es ist eine richtige, keine Lambda-Funktion. Und, ja, was wollen wir hier drin machen? Nun, zunächst einmal, wir können sagen, wir brauchen am Ende eine sogenannte Slide, oder es gibt mehrere Transitions. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Transition. So, es gibt hier, ähm, es gibt eine Align Transition, es gibt hier eine Decorated Box Transition, Default Text Style Transition, Fade Transition, Position Transition und so weiter und so fort. Ähm, es gibt wirklich, wirklich viele von diesen Transitions. Ihr könnt euch gerne mal dazu was anlesen oder wenn ihr speziell noch eine Transition braucht, also tatsächlich damit nicht umgehen könnt und ihr braucht ein Tutorial dazu, dann bitte schreibt mir das. Aber wir benutzen jetzt hier erstmal vereinfacht die sogenannte Slide Transition. Die ist nämlich relativ simpel eigentlich gehalten und auch sehr mächtig. Also ich, ich persönlich nutze sie eigentlich sehr gerne und ich mag sie eigentlich auch, weil sie eigentlich auch recht schön aussieht. So, jetzt die Position. Was genau ist eine Position? Nun, wir wollen die Position von unseren Elementen miteinander überblenden. Das heißt, wir wollen quasi, dass die eine, dass das neue Widget sozusagen reinfliegt. Okay. Und das können wir natürlich hier anstellen, indem wir eine Animation uns bauen. Diese Animation müssen wir allerdings erstmal irgendwie bekommen und das haben wir hier als Parameter. Das heißt, wir sagen hier einfach Animation Punkt. So, und jetzt haben wir hier mehrere Funktionen. Ähm, Value is completed, is dismissed und so weiter und so fort. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier Drive. Und Drive ist die Animation, die dann tatsächlich ausgeführt wird. Und die frisst auch hier ein Child Element. Achtung, das ist nicht das Child, was wir hier haben wollen. Wir machen das mal ganz kurz mit dem Child, das wir hier bekommen und sehen auch schon, das funktioniert so nicht. Ähm, das ist leider das Falsche. Wir brauchen hier ein Animatable Offset. Und hier sehen wir also, dass dieses Kind nicht das Kind hier ist. Ähm, normalerweise nenne ich das Ding einfach mal, ähm, Animatable. Und ja, jetzt müssen wir den natürlich erstellen. Also ich würde das gerne separat oben drüber erstellen in der Funktion, sondern, ähm, nicht hier direkt unten rein. Okay, und wir machen hier einen Local Variable, Animatable. Okay, so, jetzt, wie soll unser Animatable denn aussehen? Nun, dieses Animatable braucht mehrere Dinge. Ähm, und zwar, wir benutzen das jetzt hier folgendermaßen. Wir bauen uns einen sogenannten Tween. Dieser Tween macht genau das. Er ist sozusagen ein In-Between. Okay, daher kommt, glaube ich, der Name hier auch. Und zwar, wir geben an, wo wir eigentlich anfangen wollen. Und wo wir aufhören wollen. Das heißt, wo unsere Animation anfängt und wo sie eigentlich aufhören soll. Und hier muss man sich jetzt überlegen, okay, wie sieht das Ganze denn aus? Jetzt bauen wir uns den Tween mal wieder ein bisschen so, wie man es in Dart eher machen würde. So, ähm, Begin. Okay, was ist denn eigentlich ein Begin? Wie soll das Ganze am Anfang aussehen und wie soll es am Ende aussehen? Nun, am Anfang, ich zeige euch das mal eben, wie ich es normalerweise mache. Aber ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, euch das so einzustellen, wie ihr das braucht. Ja, das ist klar. Ähm, das Ding Offset frisst hier auch wieder, äh, kann ich das nicht anzeigen lassen? Hier, genau, perfekt, danke. Ähm, Offset Double DX, Double DY heißt, wo wollt ihr anfangen? Also, was für eine Verschiebung habt ihr am Anfang und was für eine Verschiebung habt ihr in der X-Richtung am Anfang und in der Y-Richtung am Anfang und was für eine Verschiebung habt ihr am Ende? Und hier könnt ihr euch entscheiden, wie ihr quasi animieren wollt. Also, wollt ihr die X-Richtung animieren, sodass es quasi von der Seite reingewischt wird? Das wäre dann hier oben der Offset oder wollt ihr die Y-Richtung animieren oder wollt ihr vielleicht sogar beide animieren? Und wir machen jetzt hier mal folgendes. Wir animieren jetzt sowohl X- als auch Y-Richtung. Das heißt, wir sagen hier, okay, 1, also 100% in der X-Richtung, 100% in der Y-Richtung sind die beiden voneinander versetzt. Das heißt, der Unterschied zwischen dem alten, zwischen der alten Page und der neuen Page ist 100%, sowohl in X- als auch in Y-Richtung. Damit ist quasi meine neue Page, wenn man es so möchte, hier unten, beziehungsweise hier unten, also weg einfach, völlig weg von dem, was wir eigentlich haben. Und wir wollen jetzt natürlich am Ende das Ganze so definieren, dass hier wirklich eine neue oder die eine Seite auf der anderen drauf liegt. Das heißt, unser neuer Offset sollte natürlich dann Offset Punkt Zero sein. Ihr könnt hier übrigens auch ein Offset von 0,0 erstellen, das kommt aufs selbe raus. Es gibt allerdings für die faulen Leute, und ich bin ein fauler Mensch, den Offset Zero. Und ein letztes brauchen wir auch noch, das machen wir allerdings woanders hin. Und zwar sagen wir hier unten, nachdem wir den Tween gebaut haben, wie wir den eigentlich animieren wollen. Also wie wollen wir von 1,0, wobei wir gucken es uns einfach mal so an und machen das am Ende dann. So, jetzt sehen wir hier, wenn wir das machen, ja, dass wir nicht wirklich was sehen. Das liegt vor allem hier ran, weil wir natürlich noch nichts angegeben haben, wo wir eigentlich rauskommen wollen. Also wir haben die Position angegeben, aber wir haben noch kein Kind angegeben, was wir am Ende da stehen haben wollen. Upsi. Das heißt, wir wollen natürlich das neue Element, das nennt sich Child, das wollen wir quasi drüberlegen. Und das ist eben dieser Parameter hier. Das heißt, der Kontext ist von dem aktuellen Widget, dann haben wir die Animation, wir haben eine Secondary Animation, die wir auch noch laufen lassen können, wenn wir das wollen. Es sieht aber meistens seltsam aus. Die könnt ihr übrigens genauso laufen lassen. Und wir haben eine Child-Animation, ein Child-Widget, das quasi am Ende drüber liegt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an und müssen hier natürlich nochmal kurz neu eingeben. a at b.de. Okay. So, und jetzt sehen wir, dass wir immer noch nicht wirklich was sehen. Hm, schade. Okay. Nun, deswegen braucht man auch eben diese Kurve, und zwar wie das Ganze eigentlich animiert werden soll, weil nur ein Tween alleine reicht leider nicht aus, denn wir müssen diese Animation eben auch miteinander verketten, und zwar mit einer neuen Curve-Tween. Das ist sozusagen, wie diese beiden Werte miteinander übergeblendet werden sollen. Das heißt, erstmal sind wir hier, sind die beiden komplett verschoben, und dann am Ende sind sie komplett überlagert. Das heißt, das Child liegt über dem alten Inputs-Feld. Und wir wollen hier sagen, okay, so sehen die am Anfang und am Ende aus, aber wie gehen die denn voneinander über, oder ineinander über. Und deswegen machen wir uns hier einen neuen Curve-Tween, und dieser Curve-Tween frisst eine Kurve. Diese Kurve, die müssen wir uns noch definieren, und die kriegen wir unter Curves raus, und hier könnt ihr euch aussuchen, was ihr für eine Kurve haben wollt, also wie die quasi miteinander überschnitten werden. Das heißt, ihr könnt das bouncen lassen, ihr könnt Bounce in and out machen, ihr könnt Decelerate, das ist quasi das Gegenteil von Accelerate. Accelerate bedeutet beschleunigen, Decelerate bedeutet entschleunigen im Endeffekt dann. Wir können Ease-In machen, wir können Ease-In-Back machen, Ease-In-Circle und so weiter und so fort. Wir können sehr, sehr viele verschiedene Dinge machen. Ease sieht meiner Meinung nach relativ angenehm aus. So, wollen wir aber trotzdem nochmal ganz kurz gucken, was wir hier noch alles machen können. Und zwar, wir haben hier verschiedenste andere Methoden, die wir hier auch noch aufrufen können. Stimmt gar nicht, das sieht relativ mager aus. Wir können nicht darauf zugreifen. Okay, gut, schauen wir es uns jetzt nochmal kurz an, wie das eigentlich aussieht. So, und jetzt gebe ich hier natürlich nochmal meinen, ah, es war schon da, schade. A at b.de. So, und jetzt sende ich das Ganze mal, und ihr habt es gesehen. Es ist nur relativ kurz. Achtet mal bitte darauf, hier unten, also unten rechts die Ecke, ja, ganz, ganz langsam. Ich ziehe das mal kurz in die Mitte. Unten rechts in der Ecke haben wir das Neue, also dieses, äh, die Tab, äh, die Tab-Bar. Und die wird dann geschoben nach oben links. Achtet mal bitte auf die rechte untere Ecke. Boom, da ist sie. Und wenn ich jetzt wieder zurück mache, dann schiebt die sich wieder hier runter. Achtung. Wupp. So, okay, genau so soll das eigentlich auch aussehen. Wir brauchen halt diese Kurve, um das Ganze zu machen. So, jetzt machen wir mal was anderes. Wir machen jetzt hier mal ein 0,0 draus. Erinnert euch bitte, das vordere ist der y-Verschub. Das hintere ist der, äh, der vordere ist der x-Verschub. Der hintere ist der y-Verschub, sorry. Und wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir gleich, okay, jetzt, also vorher war es hier in der rechten unteren Ecke. Das ist quasi Offset 1,0, 1,0. Hier drüben wäre dann x gleich 0, y gleich 1. Und hier oben ist x gleich 0, x gleich 1. Hier drüben wäre x gleich 1, y gleich 0. Also, wir haben quasi wie ein Koordinatensystem. Ähm, hier ist 0,0, also oben angefangen. Und wir gehen nach unten. Also, nach rechts ist x-Achse, nach unten ist y-Achse. Also, achtet mal darauf. Jetzt kommt es von unten einfach raufgeschoben. Das schiebt sich jetzt quasi so von unten nach oben durch. Wir können das Ganze natürlich auch andersrum machen, dass wir hier sagen, wir haben x gleich 1 und y gleich 0. Das geht genauso. Und selbstverständlich schiebt es sich dann, ähm, schiebt es sich dann von rechts rein. Also dürfte klar sein, dass ihr hier, ähm, immer die verschiedenen Varianten habt, wie ihr das Ganze euch steuern lassen wollt. So, ich persönlich mag eigentlich am liebsten die 0 und die 1, dass es sich von unten reinschiebt. Aber das ist nur so eine Geschmackssache. Das könnt ihr, wie gesagt, machen, wie ihr wollt. So, jetzt machen wir hier noch eine Alternative. Und, ähm, nehmen wir doch einfach mal Bounce In-Out. So, und das sieht dann folgendermaßen aus. Plopp. Habt ihr es gesehen? Ganz kurz, man sieht es wirklich nur sehr, sehr kurz. Es bounced quasi hier nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Und das ist das, ähm, ja, was relativ schnell eigentlich vonstatten geht. Ja, ähm, damit haben wir es eigentlich auch schon. Das ist eure erste, relativ einfache Animation, wie ihr verschiedene Pages ineinander überschieben könnt. Und, ähm, ich würde euch jetzt mal folgendes bitten. Wenn wir hier bei unserer, Sekunde, lassen Sie mich das nochmal kurz öffnen. Wenn wir hier bei unserer Tab-Bar sind, dann habt ihr hier unten zum Beispiel den Plus-Button. Wenn ihr auf diesen Plus-Button drückt, dann kommt ihr hier FAB. Als kleine Übung, bitte schreibt das Ganze doch mal um. Nur nochmal kurz zur Erinnerung. Der, ähm, FAB-Button ist hier. Also die Funktion, die On-Press-Funktion von eurem FAB-Button ist hier. Wenn ihr diesen Button drückt, dann macht das Ganze einfach mal so, dass man jetzt, ups, das wollte ich nicht, dass man hier auf die, auf das Draw-Example kommt. Und ja, das sollte eigentlich wunderbar passen für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.